Musik Ich bin Rainer Meuth, Stiftungsgründer von Fly and Help. Wir bauen Schulen, für die Kinder in Schwellenländern durch Bildung den Kindern eine Zukunft geben. Das ist unser Ziel. Mittlerweile sind wir in 41 Schwellenländern tätig. Wir bauen überall dort, wo unsere Hilfe am notwendigsten ist. Ob in Asien, Afrika, in Mittel- oder Südamerika. Und unser Ziel ist es, jedes Jahr mindestens 40 Schulen neu zu eröffnen. Die Bildungssituation in den Schwellenländern ist oftmals katastrophal. Man investiert in die Hauptstädte, aber vergisst die Kinder auf dem Land. Und genau da setzen wir an. Wir bauen Schulen in den entliegendsten Ecken der Länder. Wo der Staat nicht tätig wird, da helfen wir. Kindern zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Das ist unser Ziel. Unterstützen Sie uns und verhelfen dadurch den Kindern in den Schwellenländern zu einem besseren Leben. Jeder Spendeneuro kommt 1 zu 1 bei den Schulprojekten an. Das ist unser Ziel. Vielen Dank.